Roman. Ich habe auch einen Muskel und ein Herz. Ach, das Necromancy. Ich glaube, damit kann man dann irgendwie Leben herstellen. Okay. Wenn ich mich nicht täusche. Hoffe ich mal. Ich habe sogar Reis gefunden. Food plus. Ach, Tomatensamen habe ich auch gefunden. Na, cool. Bone Arrow. Was haben wir noch? Witchery. Food plus. Ach, Erdbeersamen habe ich auch gefunden. Erdbeersamen. Okay. Erdbeer, ja. Ach, du hast ja sogar Kirsten. Silber habe ich auch gefunden. Silber? Okay. Wollen wir dann losziehen? Ja, ich schaue hier gerade Eisen ab. Und das nicht gerade wenig. Ich habe hier eine richtige Eisenader gefunden. Ja, das ist gut. Na gut, dann haust du das dann nochmal in den Ofen. Und dann machen wir uns zumindestens... Wow. Wow. Was? Was? Wieso? Hey, Liga, wieso brenne ich denn auf einmal? Ich brenne. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Ich brenne. Nein, ich brenne. Ja toll und ich komme hier nicht mehr hoch. Wieso habe ich gerade gebrannt? Ich habe nur noch ein halbes Herz. Keine Ahnung. Kann ich hier den Reis essen? Ja. So kann ich zumindest. Ich kann nicht mal Herzen... Doch, ich kann nicht Herzen regenerieren. Hä? Ich sehe da draußen nichts, was mich hätte anzünden können oder so. Oh, Skelett. Oh, wo denn? Hey, das bin ich gewesen, Kelturio Slain. Oh. Wieso hast du mich gekillt? Warum warst du ein Skelett? Hä? Was? Ey, ich fange... Moment, ich komme wieder reingerannt. Ich fange hier draußen an der Sonne an zu brennen. Weil du ein Skelett bist. Warum bin ich ein Skelett? Da. Hey, jetzt... Wieso bist du jetzt Kelturio? Woher soll ich das wissen? Guck mal dich an. Du bist Kelturio? What? What? Was geht ab? Du hast mein Charakter geklaut. Warum bist du ein Skelett? Wah, ich will kein Skelett sein. Oh, Mann. Wieso bin ich ein... Wieso bin ich ein Scheiß-Skelett? Ja, deshalb habe ich auf dich eingeprügelt. Ich habe gedacht, es steht ein Skelett mit einem Schwerz. Leute, guck mal, ich bin ein Skelett. Ja, guck mal, in deinem Schritt, da ist gar nichts vorhanden. Ja, siehst du mal. Hast du da... Hast du hier Kohle aus dem Ofen genommen? Ja, die müsstest du im Inventar haben. Du müsstest jetzt mein Inventar haben, oder? Nö. Hey, ich will wieder ich selbst sein. Ja, hast du da Kohle rausgenommen? Na, bisschen. Vier Kohle habe ich rausgenommen. Ja, aber warum? Warum bist du nicht zu mir gekommen? Ich habe extra die Kohle da rein für Eisenbrennen. Na toll, ich kann jetzt hier gar nichts machen. Wie, du kannst gar nichts machen. Ah, weil ich ein Skelett bin. Moment mal kurz, ich lasse mal Luna raus. Die kratzt ja nur. Ja. Oh Mann, der Keller als Skelett geht aber gar nicht. Steht da so komisches Skelett rum. Oh Backe. So, jetzt bin ich wieder da hier. Wann habe ich einen geilen Skin? Warum habe ich jetzt auf... Ich will meinen Butzi-Skin wieder haben. Geht's noch? Ja, was weiß ich. Ich bin's... Ich habe irgendwas gegessen gehabt und dann bin ich auf einmal ein Skelett geworden. Hör die Arme gerade nach oben so. Mach nochmal was. Hey, wie sieht das aus? Ja, du machst die Arme mal nach oben. Er weiß, Skelett will versuchen abzubauen, aber kann ich. Voll die Party. Kann ich hier Erde abbauen wenigstens? Ja. Wie das aussieht. Hey, guck mal, ich habe einen Klumpen Dreck. Ich habe einen Klumpen Dreck. Oh Backe. Ja, wie kriege ich jetzt mein Skin wieder? Ja, toll, jetzt kann ich bloß nachts draußen sein. Super Sache. Oh Mann. Du hast nicht die Snowball Seeds gegessen, oder? Oh, Snowball Seeds. Das einzigste, was ich gegessen habe, war dieses eine Pirmischen Fruit, die du hattest. Pirmischen Fruit? Du hattest doch so Permison gefunden. Das ist toll, die hast alle du aufgefressen. Ja, weil ich Hunger hatte. Ja, toll, ich habe auch Hunger. Dann habe ich noch gegessen. Was habe ich noch gegessen? Reis. Aber das kann mich doch nicht in so einen Scheiß-Skelett. So bin ich jetzt ein Scheiß-Skelett. Ich muss mal versuchen rauszugehen, auch wenn ich brenne. Nein, hör auf. Hä? Was? Das ist ja scheiße. Warum brennst du schon wieder? Brenne ich? Wah, ich brenne. Da kommt es rein, gekleppert. Hey. Ach, ist das scheiße. Wie kann ich mich zurückverwandeln? Moment, ähm, Nekro, ich muss mal gucken, ob es hier irgendwas gibt zum Zurückverwandeln. Bone Needle, Soul in Jar, Jar of Blood. Gold habe ich auch schon hier. Flowing Blood, Nekomans, Flowing Blood. Ah, Altar, Bilderblock. Summoning Altar. Ne, kann man nur irgendwas beschwören. Isaac Severed Head. Blood Bucket. Gott, ich weiß nicht, wie ich mich zurückverwandeln kann. Vielleicht Reis essen. Necronomicon. Hier gibt es ein Buch, was man finden kann, das Necronomicon. Was ist ein Quantum Ore? Das leuchtet grün. Gottes Willen, frag mich nicht. Ähm. Ähm. Hast du... Habe ich was? Du hast gar nichts im Inventar, oder? Ja, das Zeug, was ich halt abgebaut habe. Aber nicht von mir. Aber wieso bist du jetzt ich? Ja, keine Ahnung. Wann soll ich das wissen? Was ist Quantum Ore? Das check ich nicht. Ich will kein... Wow! Was? Ähm. Okay, jetzt habe ich schon mal mein Inventarzeug wieder. Was hast du jetzt gemacht? Ich habe meinen Grabstein abgebaut und aus dem ist mein ganzes Inventar rausgekommen, was ich hatte. Okay. Das ist schon mal gut. Auf jeden Fall. So, meine Spitzhacke, meine ganzen Werkzeuge habe ich wieder und alles andere. So. Ihr leckt mich am Arsch. Und von was ernährt sich jetzt ein Skelett? Muss ich jetzt verrottet Fleisch fressen, oder was? Keine Ahnung. Ne, jetzt bin ich vergiftet. Das ist eine Scheiße. So, gut. Ähm, ja, dann muss ich jetzt halt als Skelett rumrennen. Ich weiß nicht, wie ich mich zurückverwandeln kann. Ähm, aber ich würde sagen, wir machen nicht da ewig rum. Wir wollen ja hier ein bisschen was entdecken. Ja, nur ich würde halt sagen, ich baue hier das Eisen noch ab. Ja, ich muss halt warten. 29 Eisen schon im Ofen. Okay. Ja. Was? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, ich wollte es sagen und dann... Hier ist ein Skelett hier. Ihr kleppert irgendwie ein Skelett rum, aber ich bin es nicht. Das verwirrt einen jetzt. Ja, vielleicht hast du ein Skelett umgebracht und... Hm. Sehr merkwürdig. Oh ja. Gut, dann machen wir mal... Zumindest ein Eisenschwert. Beziehungsweise eine Eisenspitzhacke. Sollte ja drin sein. Ähm, und den Rest... Ja, dann tun wir jetzt erstmal in die Kiste rein für Putz. Du wolltest nicht aufpassen, dass ich nicht... Jetzt rennst du als ich rum ein schöner Skin. Was ist denn das für eine Kacke? Und Baby Putz gibt es wohl nicht mehr. Anscheinend nicht. Das ist super, jetzt haben wir keine Kohle mehr. Na, die kann man sich machen. Ja, wie? Das ist kein Problem. Aus Holz und Holz. Wie macht... Hä, Holz und Holz, was? Du einfach mal in den Ofen oben einen Baumstamm rein und unten ein normales Holz. Ich habe keinen Baumstamm. Dann musst du dir mal was holen gehen. Baumistammi. Ich muss wieder die Drecksarbeit machen, weil der Kelturio hier wieder... Ähm... Einen auf... Magesüchtig macht. Na, ich kann ja nicht raus im Moment, weil Tag ist. Ich darf bloß nachts raus. So eine Scheiße, hey. Das ist doch Kacke. Das kann ich hier nicht mehr meinen normalen Tagesablauf verfolgen, weil ich ein Skelett bin. Da muss man sich schon mal wieder einlesen, was das Nekromanten-Mod-Pack, wie das funktioniert. Ja. Also sonst kann man da ja nicht... Das bringt ja sonst nichts, wenn ich hier auf Ewigkeiten jetzt dazu verdammt bin, ein Skelettor zu sein. Ich habe hier aber immerhin schon mal ein bisschen Redstone abgebaut. Unten gab es da ja einiges. Oh nein! Jetzt bin ich ein Skelett. Ich habe ein Skelett getötet. Jetzt bin ich auch ein... Wah, ich brenne! Ich brenne, ich brenne, ich brenne! Oh mein Gott! Hast du ein Skelett getötet mit so einem komischen Hut? Nein! Hallo, wo ist das Haus? Wo ist das Haus? Ja, toll, jetzt bin ich gestorben. Na, toll. Wo habe ich jetzt meine Sachen verloren? Ja, super! Wo ist jetzt das ganze Eisen und so hin? Das wird bei deinem Grabstein liegen. Ja, wo ist mein Grabstein? Hallo, ich komme hier nicht rauf! Mann, was hast denn du für eine verkackte Hütte gebaut? Das verreck ich wieder! Heie, 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 heie! Jetzt sind wir beide Skellys und müssen nur noch Nacht raus! Super, wo bist du jetzt? Ich bin in deinem Keller und bau da ein bisschen was ab. Super! Ein paar Ohrs, ein paar neue. So, draußen wird Nacht. Jetzt freuen wir uns, wenn Nacht wird mal was ganz anderes. Ja, super! Wo ist jetzt mein Grabstein? Wo sind meine Sachen? Ich komme mal hoch hier. Ich weiß ja nicht, wo du lang gerannt bist. Ja, das weiß ich doch auch nicht mehr. Weil dein Grabstein, der beinhaltet all deine Sachen, soweit ich weiß. Müssen wir jetzt mal rausgehen und suchen. Es wird ja gerade Nacht. So, laden wir hier mal ein bisschen ab. Ja, du musst ja hier irgendwo ein Butz rumlaufen. Meinst du? Ja. Meinst du, die Skelette sind jetzt wir? Gute Frage. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das wäre ja lustig. Ja toll, jetzt kommt ein Zombie und ich verreck gleich wieder. Geh weg. Hau ab, du Arschgesicht. Ach, hier sind zwei Skelette. Wow. Boah, jetzt gibt es einen Fight zwischen Zombie und Skelett. Ich muss aber erstmal irgendwie was essen. Was kann man denn hier essen? Ja, ich brauche meine Sachen wieder. Kann ich Muskel essen? Ich esse jetzt mal Muskel. Nee. Den Herz? Nee, ich fresse jetzt einfach verrottetes Fleisch. So, Hauptsache ich bin irgendwie... Super mit meinen Grabstein. Bin satt. Ja, ich bin unterwegs. Ich bin nur ein Skelett und habe auch keine Rüstung. Ich glaube, ich bin auch nur ein Skelett. Mann. Ja, aber ich weiß nicht, wo du langgelaufen bist. Rechts oder links? Ey. Ach, das bist du. Klatsch mich nicht. Ach, ja, ja. Warum bist du jetzt ein Zombie mit so einer Schwanznase? Was, bin ich jetzt ein Zombie? Ja. Lol, jetzt bin ich ein Zombie. Ja, weil ich gerade ein Zombie gekillt habe. Hi, 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 hi. Hier muss man ja aufpassen. Hier weiß man ja bald nicht mehr, wer man ist. Hi, hi, hi. Wahrscheinlich heißt das Spiel deshalb Attack of the Beat Team, weil man sich dann gegenseitig angreift, weil man nicht mehr weiß, wer wer ist. Ja, hallo. Wo ist mein Grabstein? Ich suche ihn gerade. Ich finde ihn nicht. Toll. Ich habe keine Peilung, wo du langgelaufen bist. Ja, ich war hier irgendwo. Dann bin ich verreckt. Links lang? Da irgendwo beim Haus hier. Oh, bist du das? Ah, nee, das ist toll. Jetzt haue ich hier das Skelett nicht, weil ich denke, das bist du, aber dann ist es wirklich ein Skelett. Jetzt komme ich. Da steht doch mein Name drüber. Wo? Na hier, dreh dich mal um. Nee, dein Name steht nicht. Bist du das? Achso. Jetzt, wo ich, ja, das sieht man nur, wenn ich, wenn ich den Maus zeige. auf dich drauf halte. Mein Grabstein. Wo ist dein Grabstein? Ja, den suche ich. Wo ist mein Grabstein? Ach, hier ist er, hier ist er, hier ist er. Komm mal zum Haus zurück. Wah, Creeper, das bist nicht du. Nein, ich bin kein Creeper. So, komm mal hierher. Siehst du mich? Ja. Hier steht dein Grabstein, direkt hier dazwischen. Zwischen den Bäumen. Den musst du abbauen. Ja, und wie? Halt, du, äh, tu einfach auf den Block drauf, wie es willst du die Erde, wo draufsteht, kaputt machen wollen. Das ist der Grabstein. Jetzt hast du ihn und dein ganzes Zeug. Nö. Mein ganzes Zeug ist weg. Nein. Mein Eisen und so ist alles weg. Mein Schwert. Okay, bei mir hat der Grabstein mein Zeug wiedergegeben. Das ist irgendwo ein Zombie. Boah, hinter uns sind zwei, ja. Ach, jetzt habe ich keine Waffe mehr. Jetzt aber. So, jetzt haben wir sie gekillt. Also nicht mich schlagen. Ich glaube, wir sollten es immer so machen, wenn wir schon Monster sind, dass wir immer irgendwas in der Hand halten. Ja. Womit wir uns identifizieren können. Da hinten kommt noch ein Zombie. Aber ich glaube, wir sollten erstmal in die Hütte rein und uns eine Rüstung machen. So können wir uns dann am besten identifizieren. Wir haben doch genug Eisen, ne? Ja, aber keine Kohle zum Brennen. Brauchst du doch nicht. Aus Eisen brauchst du doch bloß in die Werkbank legen. Wir haben doch schon fast alles gebrannt. Nö. Doch, hier sind 24 Eisen drin. Ja, aber ich hatte nochmal 30 Eisen. Die habe ich jetzt verloren. Machen wir erstmal aus dem was? Was zu pressen brauche ich auch. Ja, Moment. So, jetzt mache ich... Zu essen habe ich ja auch nichts. So, was machen wir denn hier? Sechs, das reicht für eins. Das ist nicht gut. So, machen wir mal eine Hose. Das könnte reichen. Jawohl. So, hier, ich gebe dir mal was. Einmal eine Hose und ein Helmet. Mehr konnte ich leider nicht herstellen. Jetzt können wir uns schon mal ein bisschen identifizieren.